Herzlich Willkommen bei SIKO. Ich möchte Ihnen heute unseren neuen Sensor MSAC501 vorstellen. Der MSAC501 basiert auf dem bekannten Absolutsensor MSA501. Der Vorteil des neuen Sensors liegt in einer echt absoluten Rotomessung. Ich kann diese Sensorik vor allem im Bereich Motorfeedback bei großen Drehsturm oder Torquemotoren einsetzen. Als Partner kommen unser Ring MRAC501 mit einem stabilen Aluflansch in Frage. Der Ring wird für 360 Grad Messung Single Turn eingesetzt oder ich kann ein flexibles Magnetband MBAC501 verwenden und habe hier die Möglichkeit das Magnetband auf verschiedenen großen Kundenflanschen aufzubringen und bin gerade im Bereich der Durchmesser sehr flexibel. Bei Magnetband MBAC kann ich Messungen bis 360 Grad vornehmen. Die Sensorik selber wird mit zwei Schnittstellen ausgeliefert, SSI oder RS485. Zusätzlich kann ich eine LED-Schnittstelle für A und B-Signale dazu wählen. Die Umfangsgeschwindigkeiten liegen bei 25 m pro Sekunde inkremental oder 5 m pro Sekunde absolut. Im Bereich der Temperaturen kann ich von minus 30 bis plus 80 Grad messen. Über die Links in der Videobeschreibung können Sie sich näher informieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse an einem Produkt haben. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein kostenloses Testmuster möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen.